kann man weiter aufnehmen so hier haben wir jetzt die säulen ich habe nämlich meinen helm erweitert mir kommen die sollen ja nicht nachträglich hinsetzen allerdings wenn man jetzt die alttaste gerückt hebt kann man das doch tun da sind fenster verpasst das nicht bis wie du bist im weg denn ich möchte hier säulen haben säulen haben und die sind bisschen boden da vorne hätte ich auch keine säule das geht aber nicht wo ich wollte gerade eine säule hier oder nicht richtigen jetzt hingebaut was denn toll was man ist da ist wo man helm hat ja naja es hat mit einem hermix zu tun gehabt sondern ganz einfach nur damit was brauchst du dass die sich irgendwo hingesetzt hat kann ja mal helfen wie hoch sollen das werden bis oben oder ja die hier wollte ich weglassen hatte mal das darfst du nicht tun da musst du schon vorher planen da kann ich nichts für das hängt mit den zäunen und zusammen das ist ja scheiße ja natürlich so scheiße da kann ich aber auch nichts für das schief da höre ich was trabseln nachtigall ich höre die trabseln ach da warum ist die jetzt immer schief weiß nicht das wird unsere hasiander das ist ziemlich krumm das gebiet so ich habe noch ein fleisch das kann ja noch mal essen vor das ganze geht das geht nicht ja so ein fahrstuhl wieder ein tapajera brauchst du tapajera wie heißt das warum schnappt das denn da nicht an wieso ist die säule in der luft weiß ich nicht die soll weg ja ich habe die andere eingesetzt ja da oben die idee ist weil ich weiß da muss man aber erst mal hochkommen hier seht ihr ne das ist rot da nicht da kann ich es nicht aufsetzen leider das soll aber andere gründe gründe weil die dann nämlich kein bodenkontakt hat aber ich könnte da zum beispiel hinsetzen wir das dann da äh wieso geht das denn jetzt also ich kann damit die kollision ausmachen die anderen sollen nämlich dann weg später wenn wir da hochkommen das soll doch bis zum tor oben das dach die säulen ja sag mal hatte ich eigentlich das ist ja auch blöd weil die säulen immer nur halb sind ich glaube schon keine mehr ob das ist hoch genug ich glaube du bist du bist hoch genug meinst du ist ja da fehlt doch noch nie dafür noch eine ja das muss nicht genauso hoch sein das tor kann ja ruhig ein bisschen nee das ist genau richtig das ist so dass ich das noch drei stück ja und habe jahre wert gold wert so jetzt muss ich auch wieder nachschub holen ja und so bauen wir und bauen wir und bauen wir ist doch auch mal was nettes sind es zwar immer ganz so ruhig wenn es ja wenn es am bauen geht entschuldigung ganz ruhig weil ich einmal ganz konzentriert bin du musst doch nur erzählen was du gerade machst oder du redest über irgendwas über das stricken oder ich setze eine säule und dann komme ich da nicht dran mache ich hier eine säule und da drauf eine säule und da drauf eine säule und noch eine säule und noch eine säule und noch so genau brauchen wir das nicht zu wissen sie ist es ist langweilig was ich mache ich habe ihn gefüttert es geht schon wieder los er macht schon wieder ich mache schon wieder ja wenn du so ein viech sie dann muss ich da einfach da muss man als da muss man einfach da kann ich gar nicht anders ich habe ja nur angst vor drachen und vielleicht können die geier dann mal sich da wehren die trifft er doch nicht er macht einmal man hat er alle geier um die umgebung geröstet hier kommst du zurück danke wartet bis es wieder hungrig ist und dauert das immer so lange das erste mal eine minute oder so ne ich möchte hier hoch wieso hat er den nicht gemacht ja so geht das auch kurz nein der ist falsch so die höhe nehmen wir ich würde mir jetzt mal platten und machen wir das dach drauf ja ich muss trinken gehen dann kann man vielleicht leichter von da oben was tun weiß ich mir ja wie gesagt ich habe hier ein wo ist er denn jetzt muss mein geier hinter hinten rutscht doch nicht mehr über den hatte bis es wieder hungrig ist er jetzt geht schneller der latsch hier nur so rum doch das sieht doch gut aus da oben sieht scheiße aus scheiße da habe ich gefuscht die sind wieder versetzt da hat er wieder so rumgeschnappt muss er jetzt sind bist du hin mein geier du musst du doch gleich fertig sein da komme jeder durch das fliegt er weg ach nö was denn das mäuschen das ist wieder am schon wieder ja da ist er das ist paula das ist sogar ein weibchen ja ich weiß auch nicht warum das hier in der wüste so viel wetter ist das ist richtig das ist richtig nicht schon wieder das bestimmt wieder jetzt die welle ich habe deine neue eiltaste gerade geboten nutzen müssen warum weil das da rot war wegen dem vor der tor recht gut geklappt da kommt auch ein wie heißt das ding pulli wieder alt hast du hier so gut gemacht gut gemacht ja warum soll man sich das leben schwärmen scheiße ich habe da säulen verdattelt ich mach den pulli mal weg ist nicht zu tief da ich dachte das tor vorne ist geschnappt level 108 wenn wir auch ziehen können scheiße ja wieso nicht soll es machen hier 31 shit in shit ja jetzt bräuchte man noch ja wie gesagt der tappel jahre das wird toll schade eigentlich ja aber es geht ja so ja aber da sind einige schief deswegen ja ich sehe das hier und christian im vogel nicht abgebaut habe jahre auch nicht das ist so ein fahrstuhl baufahrstuhl muss ich auch nochmal bauen also große sachen bauen in arg das ist schon warum machen wir das sonst eigentlich so schwer was machen wir jetzt schwer ich meine wir sind ja im kreativ modus habe ich kein hellmann habe ich kein hellmann das war dunkel oh ja komm mal wow wieso hast du keinen hellmann ich habe den gerade mal ausgezogen so den krieg das die säule auch nicht angewählt kann ich das ich muss das noch mal wegnehmen das ist schief gewesen hier schnuckelchen der macht ja nichts das hält hier alles aneinander ja ich muss die weg nehmen ich bin im flugmodus ne also hier so wenn wir schon cheaten dann richtig so da hier ist noch eine die nicht richtig ist da komme ich aber von hier oben das ist kacke hier was du hier gemacht hast das passt nicht das ist falsch wieso ich hab von da hinten angefangen du solltest die ceilings noch nicht setzen weil ich krieg dann die säulen unten nicht rein du hast da so eine schöne alttaste die kriegst du rein ja nein die krieg ich nicht rein ja gut das klappt alles wunderbar nein die schnappt er ja nicht da die schnappt er anders die schnappt ja oben an die ceiling ran deswegen sag ja diese ceiling ist weg danke ich weiß schon was ich hier tue ich meine ich bin ja nicht doof ich sag das geht nicht das geht das nicht oder ja dann machst du die ceiling halt wieder weg ja musste ich ja auch man hat mir profis versprochen profis nicht doofis hahaha siehst du so passt das ja passt auch nicht die hängen nämlich gar nicht dran die sind ein bisschen drunter die säulen hier wusstest du das eigentlich die hängen alle drunter ja hier ist ja auch noch so eine blödsäule das ist ja hier an der ecke warum ist das so wie soll ich schon wieder doof ist fragen über fragen wo ist meine wo ist meine Flasche achso ich bin hier verdurstungsmodus ich muss ja in den borg modus rein cheat sonst kann ich nicht trinken das ist ja auch doof im cheat modus kannst du nicht trinken nee aha total doof hier waren ja auch noch welche falsch kannst du die hier die hier mal wegnehmen hier an der äußerste die äußerste kante da da ist eine ganz blöd die hier unten ja die dritte von unten die da ja da kann ich die wegnehmen hast du keine helme ach nee doch aber ich kam nicht ran nee nee das geht vom Fugli aus nicht deswegen sowas macht man halt im cheat modus und fliegt hier rum weil das kriegst du sonst nie gebaut das ist ja ewig und drei tage dabei es geht ja jetzt hier um das gebäude wenn man das bauen und nicht jetzt um überlebensspiel ja überleben wollen wir danach danach versuchen wir wieder zu überleben ja scheiße was das da oben mit dem Dach nicht das ist alles nicht mit den Dächern das durftest du noch nicht setzen die sollen hätten alle nach oben gemusst die hängen nämlich alle jetzt ein Stück drunter es ist ja nicht schlimm doch das sieht scheiße aus wir sonst hätten irgendwo so Dinger rausgeguckt das hätte doch noch viel scheißerer ausgesehen scheißererer dann mach lieber noch eine zweite Schicht da drunter da es ist aber dunkel naja das ist ja tust ich sehe gar nichts mehr ich fliege nach haus ich sehe nichts mehr ich habe jetzt Licht angemacht es ist bloß beim bauen doch das geht sogar mit Fackel gehts soo ist er richtig ja guck da noch eine auf nein das ist jetzt wieder schief und ich finde das nicht alles runter und dann nein das ist weil da eben die die Dings drauf war nein so jetzt die letzte Säule neue hochziehen die wird dann auch nicht passen natürlich nicht soo ja das passt hier nicht wieso passte die nicht ja gut ja das ist jetzt scheiße hier diese Säule wusste das Schuss scheißen Dreck hier scheißen Dreck hier sieht doch gut aus sehr schön weißt du was wir auch machen könnten na wir setzen einfach noch überall eine Säule drauf und machen dazwischen hier ein ähm ähm so vorne mit dem Tor und so mit Kanonen drauf Ballisten und so wo das machen falls andere Drachen kommen genau oh ja können wir machen also nochmal alle einen höher oder wie die sind die sind aber wieder schief eventuell äh ja die ja aber das fällt dann ne die kann man die muss man dann machen wir die nach unten die nach unten das ist doch so gut hier bei mir stehe ich nicht das ist das ist mal wieder alles hier so schnell da war es doch da man muss nur den richtigen Winkel gucken ja das kriegt man dabei hin ja ja so wenn man nämlich da guckt dann ist es auf einmal richtig da muss man ein bisschen nach links gucken irgendwie oder nach da gucken was denn da sollte der nicht hin ne die sind alle schief bei dir das sehe ich von hier so mach nur die im Rest mal ich geh mal Zäune holen ich mach die mal hier ne naja ich krieg das schon eventuell Zäune hast du bestimmt auch irgendwo hingetan Zäune? Zäune hab ich noch nicht gebaut und hat mir Profis versprochen ja dann wau mal ein Steckzäune ja ich kopier das gleich komm ich mal wieder Blimpfeiler darf ich die kurz mal hier zu Ende setzen hier fehlt noch einer da